Vielen Dank für dieses deutliche Lebenszeichen, dass Sie heute Abend da sind. Das Zeug von einem starken Überlebenswillen. Der Deutsche Herbst 2007, prallvoll mit Erinnerungen. 40 Jahre Benno Ohnesrock, der Schah in der Oper. 30 Jahre Mogadischu, Stammheim, Raft. 20 Jahre Barschel, Boriwasch, Badewanne. Und 10 Jahre Sabine Christiansen. Boah, 10 Jahre. Das haben wir 10 Jahre ertragen. Jeden Sonntagabend Deutschland am Abgrund. Jeden Sonntagabend das ARD-Ersatzparlament. Mit einer Möchtegern-Kassandra in Chrom und Creme. Und immer die Beine schräg. Unglaublich. Jetzt ist es ja vorbei. Jetzt kann man es ja sagen, Frau Christiansen war ferngesteuert. Die hatte immer so einen kleinen Folksempfänger im Ohr. Ich habe es selbst gesehen. Mit Verbindung zur Zentrale. So eine Art Aufklärungsdrohne der ARD. Und dann die Themen. Einer der letzten Sendungen. Arm durch Arbeit, reich durch Hartz IV. Da wird man neidisch als Kabarettist. Da kommt die Bild-Zeitung gar nicht mehr mit. Kennen Sie diese Wahrheitskampagne der Bild-Zeitung? Sie fahren durch die Stadt, sehen eine große Litfaßsäule. Martin Luther King. Jede Wahrheit braucht einen Mutigen, der sie ausspricht. Fahren weiter. Mahatma Gandhi. Jede Wahrheit braucht einen Mutigen, der sie ausspricht. Und dann Galileo Galilei. Und Sie fragen, was hat denn der gesagt? Was hat denn der gesagt? Ach, stimmt ja. Und sie belügt uns doch. Und sie belügt uns doch. Dass ich heute Abend hier am 11. September 9-11 auf dem Lerchenberg stehe, kann kein Zufall sein, meine Damen und Herren. Und da sind gewisse Kräfte im Spiel. Von hier, von hier aus vom Lerchenberg kann man das Ende der Ära Bush sehr, sehr gut beobachten. Der Berater, sein persönlicher Berater hat sich bereits zurückgezogen, denn bei Bush gibt es nicht mehr zu beraten. Wobei der Berater so ziemlich der Einzige ist, aus der gesamten Bush-Clique, der noch nicht multimillionär ist. Und das will er nachholen mit einer Biografie. The Making of George W. Bush. Die Wahl von Bush hat 200 Millionen US-Dollar gekostet. Das ist der teuerste Horrorfilm, den die Amerikaner je gedreht haben. Und der Bush hat das alles wieder eingespielt. Dank der neuen Ökonomie. Und die besagt ja auch, ein Krieg, den man nicht gewinnen kann, der kann es sich doch durchaus lohnen. Denn die alte Munition fliegt aus den Regalen. Man kann neue Waffen ausprobieren. Und jede Bombe hat auch ein Verfallsdatum. Also, da sagen sich die Amis, bevor wir die wegschmeißen, schmeißen wir die. Das ist auch ökologisch gedacht, oder? Nein, es ist eigenartig. Dieser Krieg gegen den Terror hat den Terror verdoppelt und verdreifacht. Sie merken, dass ein Boom im Security-Business, schauen Sie sich Wolfgang Schäuble an. Seine großen Auftritte, Zivilmaschinen abschießen, Bundeswehr im Innern einsetzen, Panzer vor die WM-Stadien und dann noch die einstweilige Erschießung von Terrorverdächtigen. Grandios. Der Mann ist Jurist. Und dann noch Waffen für die 18-Jährigen. Das klingt nach Volksbewaffnung, meine Damen und Herren. Also, dass wir den Schäuble aushalten, das macht uns doch stolz als Demokraten, oder? Ich weiß, da kann nicht jeder klatschen, das macht doch gar nichts, aber Schäuble ist einfach Pflicht im Kabarett, meine Damen und Herren, genau wie Merkel. Sehen Sie, der Anschlag auf das World Trade Center war diabolisch, abgrundböse. Und die Amerikaner haben geantwortet, mit einer Demokratieoffensive, der Krieg gegen den Irak, das war so eine Art, haben sie selbst gesagt, Demokratie-Export. Wobei man fragen muss, haben die Amis wirklich so viel Demokratie, dass sie exportieren können? Ja, ich sehe es deutlich, da ist die Stimmung bei einigen ganz weg. Ja, wir haben verlernt, uns richtig zu empören. Unser Empörungspotenzial ist verschwunden. Nehmen Sie Joschka Fischer, meinen Lauf zu mir selbst und wir wieder auseinander gingen. Selbst in unserer Paradedisziplin der Ökologie, da sind wir total schlapp. Wir haben es uns in den medialen Katastrophen gemütlich gemacht. Wir hatten auch zu oft Fehlalarm, Borkenkäfer-Alarm und dann Vogelgrippe, Tamiflu-Alarm und dann das Waldsterben der Klassiker. Da hatten die Franzosen gar kein Wort dafür, die waren beeindruckt. Das war unser Schlager, das Waldsterben. Und heute, nach 20 Jahren Waldsterben, da sagen die Franzosen, oh, le Waldsterben, c'est mausetot. Da tut sich überhaupt nichts mehr. Und jetzt, wo wir beginnen, uns über die Grünen lustig zu machen, die Grünen, mit den Grünen ist sie so wie mit dem Eis in den Spinat, lange Zeit überschätzt. Ja, merken Sie, wie schwach die CDU lacht. War auch nur so ein Test. Da müssen Sie schneller sein, wenn Sie anders denken. Ja, also gut. Jetzt, wo wir gerade so locker sind, da kommen diese Nachrichten vom Nordpol. Die Klimakatastrophe, es gibt sie doch, die Klimakatastrophe. Ich meine, der World-Aid-Tag, dieses große Konzert gegen die Erderwärmung, da war es ja saukalt überall. Ja, so als wenn die Natur sagen würde, Bono, Grönemeyer, lasst mal stecken. Aber es gibt sie wirklich, die Erderwärmung. Hat auch die Bild-Zeitung gemerkt. Die Bild-Zeitung hat ja einen Betriebsirren, der schreibt immer Briefe. Immer Briefe. Erst an die Klimaforscher, dann direkt ans Wetter. Liebes Wetter, es war ein wunderbarer Frühlingstag, aber zu warm für die Jahreszeit. Es war der Tag der zwei Sonnen. Die eine, die uns die Herzen öffnet, die andere, die uns verbrennen wird. Und natürlich ist das Hirn der Sonne am nächsten. Wissen Sie, ich bin gegen jegliche Torschlusspanik in ökologischen Angelegenheiten. Nehmen Sie den Papst, der rüstet den gesamten Vatikan auf Solarstrom um. Großartig, der weiß das. Die Sonne, die spendet noch mindestens 5 Milliarden Jahre Ökostrom. Danach müssen wir wieder auf Öl umstellen. Sehen Sie, wenn ich mir so die ersten Reihen ansehe, da träume ich manchmal davon, den Beruf zu wechseln. Jede Menge Beratungsbedarf in den Gesichtern festgeschrieben. Auch in der Politik, bei der SPD sowieso. Schauen Sie sich mal den Kurt Beck an. Der braucht jemand, der ihm dringend mal an der Sprache feilt. Jemand, der hinter ihm steht, bedingungslos hinter ihm steht und bei Gelegenheit auch mal den Mund zuhält. Wenn Sie, gewaschen ist er ja, rasieren müsste er sich noch. Man müsste dem Beck sagen, jeden Morgen, wenn du vor dem Spiegel stehst, musst du dir sagen, ich bin kein Spargelkönig. Spargelkönig, ich bin der potenzielle Kanzlerkandidat der SPD und die hat keinen anderen. Jeden Morgen diesen Satz. Und eine Grundregel lautet, nicht immer gleich anfangen zu reden, wenn irgendwo eine Kamera aufgebaut wird. Auch mal schweigen können. Auf jeden Fall. Der Beck hat natürlich Pech gehabt. Der wollte Weltinnenpolitik betreiben, ist nach Afghanistan geflogen, so intuitiv reagiert. Er hat gesagt, man müsste mit den Taliban reden, jedenfalls mit den Gemäßigten. Riesenhohen gelächterter Heimatfront. Ja, 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 am besten bei dem Gläschen Pfälzer Wein. Mit der Schwäbchen Eisenbahn fahren wir nach den Taliban. Mit der Schwäbchen Eisenbahn fahren wir nach Afghanistan. Ich hab schon den Turban an. Auf geht's zu den Taliban. Mulla, 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 hey. Mulla, 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 hey. Auf geht's nach Afghanistan. Rückwärts dann durch den Iran. Jum, padam, 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 padam. Ja. Ja, liebe Freunde des volkstümlichen Kabaretts. Merkt sofort, wo die Reise hingeht. Nein, so schief lag der Beck ja nicht, ja. Ich meine, der BND, also ein uns bekannter Nachrichtendienst. Der BND hat sich ja lange vorher schon mit den Taliban getroffen. In der Schweiz, in einem Hotel am Züricher Flughafen. Die haben da wahrscheinlich so eine Art Gebietsaufteilung vorgenommen. Bundeswehr geht in den Norden, Taliban engagieren sich im Süden. Und der Struck, der Struck von der SPD, genial, der hat sofort das Staatsmännisch gewendet. Deutschland muss am Hindukusch verteidigt werden. Das klingt doch nach Kaiser Wilhelm, oder? Deutschland muss am Hindukusch verteidigt werden. Warum? Weil es da landschaftlich angenehmer ist. Und außerdem verträgt eine Zivilgesellschaft nur eine begrenzte Anzahl an toten Soldaten. Es reicht doch, wenn wir unsere Tornados schicken. Die Tornados, die haben den Amerikanern geholfen, sich ein genaues Bild von der Lage zu machen. Und seitdem unsere Tornados da sind, bombardieren die Amerikaner keine Hochzeitsgesellschaften mehr. Bei Hochzeitsgesellschaften wird in Afghanistan traditionell zu Ehren des Brautpaars in die Luft geballert. Das sehen die amerikanischen Piloten und sie schießen zurück. Da sind wir als Deutsche aufgefordert zu vermitteln. Wir sind die bewaffneten Sozialarbeiter in Friedensmissionen. An jedem deutschen Panzer hängt ein Kummerkasten, in den die Taliban, Entschuldigung, in den die Afghanen Schwerden einwerfen können, wenn zum Beispiel deutsche Soldaten Totenköpfe ausbuddeln, um den Panzer zu dekorieren. Es gab einen Riesenärger, konnten wir gerade noch mal abbiegen. Die wollten nur spielen, Hamlet. Und außerdem, es waren ja sowjetische Toten. Da waren die Taliban beruhigt. Es ist gar nicht so einfach, mit den Taliban wirklich ins Gespräch zu kommen. Die Taliban sind ein Produkt von amerikanischer Außenpolitik und saudischen Finanzspritzen. Und sind mit dem Koran gedopt. In den 80er Jahren, da hat, glaube ich, Bin Laden gesagt, der Mujahedin, der Gotteskrieger, braucht nur zwei Dinge. Den Koran und ein amerikanisches Dingerrakete. Das waren noch andere Zeiten, da haben sich Al-Qaida und USA noch besser verstanden. Aber, damals hat man den sowjetischen Erzteufel mit dem Belzebub, mit dem islamischen Belzebub ausgetrieben. Und der Belzebub von damals ist der Teufel von heute. So läuft das Spiel. Die Frage, machen wir da mit, meine Damen und Herren? Machen wir da mit? Wir haben ja nicht die geistliche Beweglichkeit, wir haben nicht die geistliche Beweglichkeit von Schollatur. Der sagt ja, es gibt nur eine Lösung. Eine große Militärparade in Kabul und dann nix wie raus aus Afghanistan. Das müsste man mal dem Beck sagen. Herr Beck, Herr Beck, wenn Sie nochmal nach Afghanistan reisen, denken Sie daran, in Afghanistan ist die Sowjetunion gescheitert, in Afghanistan ist das große Britannien gescheitert, in Afghanistan wird auch Rheinland-Pfalz scheitern. Dieses Beratergeschäft wird mir immer sympathischer. Irgendwie müsste man an die Frau Merkel rankommen, aber die hat gute Berater, die macht einen guten Job. Man früher hat sich auch viel Quatsch gemacht, nach Amerika geflogen, ins Weiße Haus gesetzt und wollte mit Bush gemeinsam in den Krieg ziehen. Große Lachnummer aber. Jetzt macht die Vollauf Öko sehr geschickt. In Sachen Erderwärmung unterwegs fährt nach Grönland, stellt sich neben einen Eisberg, lässt sich fotografieren, da kriegt die Klimakatastrophe ein Gesicht. Die Welt steht da im Friesennerz mit kühlem Kopf und kalten Herzen. Die Welt steht da im Friesennerz mit kühlem Kopf und kalten Herzen. Das ist schon bedrohlich. Wenn der arktische Kühlschrank abtaut, dann wird Sylt noch exklusiver, weil der Meeresspiegel steigt und am Nordpol kein Eis mehr ist, dann verkürzt sich der Seeweg von Russland nach Amerika um ein Vielfaches. Da könnten die chinesische, die russische und die amerikanische Marine sich am Nordpol treffen. Also eine vollkommen komplette veränderte Weltlage. Ich bin mir sicher, Frau Merkel würde auch diesen Fall meistern. Sie schafft das. Sich raushalten und trotzdem mitmischen. Nehmen Sie mal den Libanon. Da haben wir eine hochmoderne Flotte hingeschickt. Hochmodern. Die liegt da vor der libanesischen Küste und die darf nichts machen. Wir dürfen nicht mal in die Sechs-Meilen-Zone reinfahren. Wir könnten ja mit einem Waffentransporter kollidieren. Oder mit einem israelischen U-Boot deutscher Bauart. Die Flotte dümpelt da vor sich hin. Wenn ich ab und zu ein israelischer Kampfjet vorbeigeflogen käme für einen Scheinangriff, wäre es todlangweilig. Man muss die Israelis verstehen, da unten, da schwimmt die Mecklenburg-Vorpommern. Die modernste Fregatte der Welt nach Angela Merkel. Ich habe einen riesen Respekt vor der Frau Merkel. Unglaublich, wie sie unterwegs ist nach China fährt. Die Achtung des geistigen Eigentums anmahnt. Und während sie redet, sind die Chinesen bereits bei ihr zu Hause im Kanzleramt auf der Festplatte. Da braucht man Nerven. Oder wenn sie im Nahen Osten unterwegs ist, zu Besuch im Nahen Osten, Israel-Palästina, wenn sie mit Olmott spricht, da muss jeder Satz sitzen. Umgekehrt ja nicht. Da kommt der Olmott nach Berlin, sagt bei der Pressekonferenz, übrigens, wir haben die Atombombe. Was, sagt die Merkel, ihr habt die Atombombe? Da sagt der Olmott sehr charmant, dann eben nicht. Dann eben nicht. Das ist doch genial. Ja, was da oben fehlt, kann man mit Charmants ausgleichen. Nein, wir haben sie doch nicht. Die Lidl, die Lidl, die Lidl, die Lidl, die. Na, Gott sei Dank, sagt Frau Merkel. Dann darf der Iran sie ja auch nicht haben. Der darf sie sowieso nicht haben. Die Bombe in der Hand von Muslimen. Stellen Sie mal vor, die Pakistani hätten die Atombombe. Unglaublich. Sie merken, stimmt es jetzt? Haben Sie es oder haben Sie es nicht? Das ist eine Günter-Jauch-Frage, könnte man sagen. Ich würde Ihnen den Telefonschoker empfehlen. Rufen Sie an, am besten beim Kernforschungszentrum in Jülich. Die hatten in den 80er Jahren etwa 50 pakistanische Azubis. Auch wenn Sie sich fragen, Moment mal, wir haben doch den Atomsperrvertrag unterschrieben. Ja, ja, das ist so wie bei den Japanern und im Walfang. Die, ja, Sie waren schneller als ich, verdammt nochmal. Sie denken aber mit, das haben Sie am Bildschirm gar nicht gehört. Der Mann hat gerufen, zu Forschungszwecken, meine Pointe kaputt gemacht. Das sind Leute, die kommen extra, die haben geübt, die kennen das Programm. Ja, ja. Also die Beraterrolle, die finde ich klasse. Ich würde gern Berater sein. Wenn Sie, in Amerika ist das ein Riesengeschäft mit der Beratung. Rund ums Weiße Haus in Washington. Hunderte von Beratungsfirmen, die wollen alle am Markt bleiben, Abhängigkeiten schaffen. Die wollen alle ins Weiße Haus, ins Oval Office, wollen den Präsidenten beraten. Das wäre toll, das so. So ein amerikanischer Think Tank Man. So, ganz überlegen. Der von früher erzählt. Ach, wissen Sie, damals, in der Irak-Linden, das waren die 90er Jahre damals. Da haben wir ja gefeiert. Das Ende des Kalten Krieges wurde gefeiert. Sowjetunion war futsch. Niemand hat geahnt, dass sich der KGB in einen Energiekonzern verwandelt und Schalke 04 sponsert. Es war Party Time. Es war Party Time. Und der Clinton war der richtige Präsident für diese Zeit. Saxophon, Oval Office. Oral Office, Entschuldigung. Und die Zigarren-Affäre, das war ja großartig. Und damals, als Clinton noch mit Ihnen gemeinsam gefeiert hat, da hatten wir im Think Tank bereits den Irak-Krieg in der Pipeline. Verstehen Sie? Als Komplettpakete. Das haben wir dann an den Busch verkauft. Weil er saß im Weißen Haus, hat sich die Landkarte angesehen mit dem Finger bis zum Irak und hat gefragt, wie konnte das passieren, dass unser Öl unter deren Sand geraten ist. Ja, und wir hatten das Ganze als Spaziergang konzipiert, aber daraus ist nichts geworden. Jetzt müssen wir länger dableiben. Heute liegt da das große Petreus-Papier auf dem Tisch. Und wir müssen länger bleiben. Wir müssen etwas machen, was wir nie tun wollten. Als Amerikaner. Arabisch lernen. Arabisch für den Hausgebrauch, für die Razzien, bei Durchsuchung Kontakt zur Zivilbevölkerung halten. Ein paar Brocken Arabisch. Muss man können, wenn man dominieren will. So nach der Einschleifmethode immer den gleichen Satz, bis man ihn wirklich kann. Das heißt auf Deutsch, wir haben in die Türe eingetreten, weil wir ihr Haus renovieren wollen. Das ist unglaublich. Die britischen Generäle, die haben gesagt, dieser Krieg der Amerikaner sei ein intellektuelles Desaster. Man hat viel zu spät die Strategie geändert. Das Feldhandbuch, die Gebrauchsanweisung für den Krieg für den einfachen Soldaten. Da hat man dann ostasiatische Weisheiten eingefügt. Zum Beispiel, oft ist es besser nichts zu tun, als überall zu handeln. So wurden schon chinesische Kaiser beraten. Und dann der berühmte Satz, setze dich an das Ufer des großen Stromes und warte, bis die Leiche deines Feindes vorbeischwimmt. Und natürlich blöd, wenn es die eigenen Leute sind, die da runterschwimmen. Da muss der Präsident hart bleiben. Da muss er sagen, wir trauern um jeden Einzelnen, aber die Gesamtzahl spielt keine Rolle. Hat der Busch ja auch gesagt. Aber wir haben ihn erst dahin bringen müssen. Wir haben ihn nach Afghanistan geflogen. An die pakistanische Grenze, auf einen alten britischen Soldatenfriedhof. Und da rumgelaufen haben uns die Grabstände angesehen. Wunderbare Inschriften, Gedichte. Sehr stilvoll. Leicht verwittert. Da hat er gefragt, was soll das? Da haben wir gesagt, Mr. President, nur, damit Sie den Eindruck bekommen, wie es ist, wenn man länger in einem Land bleiben muss, als ursprünglich geplant. Natürlich muss man auch die Kritiker berücksichtigen. Das macht ja auch der Petraeus sehr gut. Er sagt, es war möglicherweise ein Fehler, in den Irak reinzugehen. Es wäre ein größerer Fehler, jetzt wieder rauszugehen. Das ist perfekt formuliert. Wir sind zur Dominanz verdammt. Wir sind die Verdammten dieser Erde. Mir tut noch der arme Colin Powell leid damals, wie er diesen Krieg begonnen hat. Mit diesen Beweisen, die er der Weltöffentlichkeit vorgelegt hat. Fotos von transportablen Biowaffenlaboren der Iraker. Die hatten wir bei Google, mit Google Earth gemacht. Das waren Containerlaster aus der Baugrube des World Trade Center, das aus 300 Kilometer Höhe fotografiert, mit Photoshop nachbehandelt. Und das musste er verkaufen. Der schämt sich heute noch. Ich weiß, was Sie denken. Wir denken, warum habt ihr den Saddam eigentlich nicht früher erledigt? 91, wollte doch der General Schwarzkopf nach Bagdad marschieren. Ja, damals hatten wir keinen Nachfolger in der Pipeline, verstehen Sie? Und besser und billiger als Saddam konnte niemand die Schiiten kontrollieren. Also haben wir Saddam an der Macht gelassen. Und da werden Sie gleich fragen, und warum haben Sie dann doch erledigt? Ja, warum leckt sich der Hund die Eier? Weil er es kann. Ja. Es war gar nicht so leicht, Saddam zu erledigen. Er war ein Schweinehund, aber er war unser Schweinehund. Er hat Rumsfeld des Öfteren die Hand geschüttelt. Lässt man so jemand hängen? Auf jeden Fall, bevor er seine Memoiren schreibt. Da kommen wir alle drin vor und ziemlich schlecht weg. Nein, nein, er musste hängen. Und wir haben ja auch gratuliert für diesen wichtigen Schritt auf dem Weg zur Demokratie. Fragen Sie die Franzosen. Der Weg zur Demokratie führt über Schafott. Das ist historisch belegt. Natürlich, die Art und Weise, das fanden wir nicht so gut, wie sie ihn hingerichtet haben. Der Henker hat ihn nicht mal ausreden lassen. Er wollte beten. Bevor er Allah sagen konnte, war die Klappe offen, hing am Strick. Gut, die Abscheu hält sich in Grenzen, war ja im Internet überall zu sehen. Die Neugier ist der natürliche Feind der Abscheu. Jetzt frage ich Sie, wie reagiert der gemeine Fernsehzuschauer? Was sagt er sich? Lieber Saddam hängen, als Axel Schulz Boxen sehen. Jetzt ist die Stimmung aber unten, oder? Einige schauen ganz betreten. Aha, das ist also Kabarett, interessant. Ich kenne Ihre Depressionen. Sie sollen die Meinigen kennenlernen. Nein, ich hole Sie da raus, ich hole Sie da raus. Das gemeine Fernsehproduktum, Sie gehören nicht dazu. Nein, wir machen ja hier Premium-TV. Wissen Sie, die Demokratie unterwirft sich der Mehrheit, lebt aber vor den Minderheiten. Wer alle erreichen will, muss auf den Sinn verzichten. Können Sie mir noch irgendwie folgen? Sehen Sie, manchmal muss ich auch im Fernsehen, muss man sich selber Mut machen. Ja, es ist ja irgendwie traurig. Früher, da hatten wir einen Standpunkt, heute haben wir einen Sitzplatz. Wir schauen uns alles an. Den ganzen Nahostkonflikt. Und das wird langsam langweilig, oder? Immer wieder die Gewalt, die Gewalt, die Gewalt. Vier Millionen Israelis bewachen, zwei Millionen Palästinenser. Und die sitzen seit 60 Jahren in ihren Lagern. Wissen Sie, was der ehemalige Ministerpräsident Yehud Barak gesagt hat? Wenn er Palästinenser wäre, dann hätte er sich auch einer terroristischen Vereinigung angeschlossen. Das sagt doch alles, oder? Wenn Sie mal nach Jerusalem kommen, empfehle ich Ihnen das Hotel King David. Da können Sie im Hotelvideo sehen, die sind stolz darauf, das einzige Hotel der Welt zu sein, was von einem späteren Ministerpräsidenten in die Luft gesprengt wurde. Menachim Beginn. Erst Terrorist, dann Ministerpräsident. Und dann Friedensnobelpreisträger. Yassir Arafat. Erst Terrorist, dann Staatsmann, dann Friedensnobelpreisträger. Ich meine, der Kohl will ja auch Friedensnobelpreisträger werden. Wenn man ihm das vorhält, der hat doch gar nichts gemacht, der Kohl. Deutsche Einheit ist doch kein Verbrechen, oder? Bitte kontrollieren Sie sich mit dem Lachen, das ist jetzt die falsche Stelle. Sie kompromittieren mich ja. Das Lachen zu einer Stelle, das war gefährlich, das gebe ich zu. Nein, 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 den Friedensnobelpreisträger hat Daniel Barrenbäum verdient. Eine geniale Idee, ein jüdisch-palästinensisches Orchester zu gründen. Das finde ich toll, mutig. Juden und Araber spielen gemeinsam Mozart, Beethoven und Wagner. Das wäre doch klasse, wenn die Palästinenser im Anfall von Liberalität den Daniel Barrenbäum auf den Tempelberg einladen würden. In die Al-Aqsa-Moschee, Weltfriedenskonzert. Ein Barrenbäum dirigiert, die Overtüre zur Götterdämmerung. Oder vielleicht eine Bachkantate, ich hatte viel Bekümmernis, oder ich freue mich auf meinen Tod mit arabischer Simultanübersetzung. Wirken lassen, wirken lassen. Also ich wäre gerne in der Al-Aqsa-Moschee mit meinem Cello schon einen kleinen Soloabend, da würde ich richtig üben. Oh, das wäre toll. Aber das geht nicht, weil ich komme mit meinem roten Cello-Koffer und dem Instrument in keine Maschine mehr rein. Keine Airline nimmt mich mehr mit, weil es ist einfach viel zu gefährlich. Schauen Sie mal das an hier. Ich bringe das Ding ja nicht in den Frachtraum, ich nehme das mit in die Kabine. Und dann beim Security-Check, wenn Sie sowas sehen. Ich meine, Sie können ja inzwischen in der Kabine wieder Messer kaufen, aber das hier, das ist Titan. Wenn Sie das mal drin haben, in Ihrem Alter, können Sie es drin lassen. Unglaublich. Aber ich muss irgendwie nach Jerusalem kommen, um dort zu spielen. Irgendwie. Allein schon wegen der Akustik. Du musst ja wahnsinnig sein in der Al-Aqsa-Moschee. Die Akustik. Musik Musik Hören Sie das? Ich mache nichts. Es zittert. Musik Das sind die Israelis. Die graben unter der Al-Aqsa-Moschee. Nach dem Tempel des Salomon. Und können den nicht finden. Da haben die Araber Angst, dass die Al-Aqsa-Moschee beschädigt wird. Beim nächsten Erdbeben die Grätsche macht. Musik Dann wäre ein Bauplatz da. Dann kommen nicht die Griechen. Nein, 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 nein. Dann kommen die großen amerikanischen Baufirmen. Weil die Adventisten in den USA haben bereits gesammelt eine Viertelmilliarde US-Dollar für den Wiederaufbau des Tempels. Salomons Tempel soll wieder erstehen. Sie fragen sich, warum machen das amerikanische Fundamentalkristen? Weil in der Bibel steht, in der Apokalypse, Jesus kommt erst zurück, wenn der Tempel wieder steht. Ja, das wussten Sie gar nicht, dass Jesus zurückkommt, oder? Hier, die Karteileichen des Abendlandes. Keine Ahnung von der Bibel. Apokalypse in jedem guten Hotel, in der Nachtfischung, die Apokalypse. In der Bibel, da steht es drin. Und die sammeln. Für Armageddon und den Tag, wo Jesus zurückkommt. Und der Messias wird ja auch in Jerusalem erwartet. In Jerusalem warten die drei großen Weltreligionen auf die Wiederkehr ihres geistlichen Anführers. Das Problem ist nur, wenn Jesus früher kommt als der Messias. Das wird schwer. Weil Jesus wird zu Gericht sitzen, wie es in der Apokalypse steht. Und dann wird er die Juden fragen, wollt ihr Christen werden? Wenn nein, dann müssen sie in die Hölle. Die großen monotheistischen Religionen haben ihre Hölle zunächst mal für die Andersgläubigen reserviert. Jeder von uns kommt in irgendeine Hölle. Also wenn sie in die katholische Hölle wollen, sollten sie rechtzeitig zum Islam übertreten. Gut, dann kriegen sie Besuch von Schäuble. Dann wird sie fragen, wohin sind sie ausgetreten? Dann sagt sie, ich möchte nur in die katholische Hölle. Dann gibt er auf. Gut, wenn sie jetzt gar nichts sind, also quasi Atheist, dann könnte sich die Hölle wahrscheinlich selber aussuchen. Stiftung Warentest, Höllen im Vergleich. Also die katholische Hölle kann ich nur bedingt empfehlen. Überall Jauche, Bäder, es stinkt nach Methan. Überall glühende Kohlen, die katholische Hölle hat eine irrsinnig schlechte Ökobilanz. Das ist CO2-mäßig wirklich die Hölle. Dagegen die evangelische Hölle? Eine Öko-Hölle, sie wird nicht geheizt. Die islamische Hölle, da werden sie so behandelt, wie es im Koran steht, im Hardcore-Koran. Da wird ihnen die Haut abgezogen auf einem Grill. Und sobald sie weg ist, kriegen sie eine neue Haut und müssen zurück auf den Grill. So können sie die Strafe vollkommen auskosten, wie es im Koran steht. Allerdings, im Gegensatz zur katholischen Hölle, aus der islamischen kommen sie wieder raus. Irgendwann ist Schluss mit dem Grill. Der Grill steht still und sie kommen raus. Ja, ja. Ich persönlich würde die jüdische Hölle bevorzugen. Weil die ist zwar auch hier und da heiß, aber sie hat Wellnessbereiche. Die Hölle ist gar nicht so festgelegt bei den Juden. Das ist toll, die ist sehr liberal. Es wird auch ein bisschen gefoltert, aber nicht durchgehend. Finde ich klasse. Vielleicht gibt es auch Ayurveda-Anwendungen, wer weiß. Die Hindus, wenn wir schon dabei sind, die Hindus haben ja keine Hölle. Die brauchen die nicht, die haben die Wiedergeburt. Wer ist da verrückt? Ähnlich wie die Buddhisten. Und das würde mich mal interessieren. Das wäre eine wunderbar höllentheologische Frage für den Papst. In welche Hölle kommt eigentlich der Dalai Lama? Ich würde sagen, in keine. Denn mit seinem ständigen Lachen treibt der Dalai Lama jeden Teufel in den Wahnsinn. Sie würden sagen, Herr Deutschmann, was machen Sie mit uns? Eben waren wir noch im Nahen Osten, wir sind immer in der Hölle. Also ich finde, das passt gut zusammen. Wie meine Oma immer gesagt hat, der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen geplastert. Ja, wissen Sie was? Ich glaube, das Nahost-Problem, was wir eben angerissen haben, das wird deshalb nicht gelöst, weil es sich bewährt hat. Das wird Ihnen jeder Waffenhändler bestätigen. Aber demnächst gibt es ja die große Friedenskonferenz. Mensch, der Araf hat. Ist als Milliardär gestorben. Aber was nützen seinem Volk die Millionen auf Schweizer Konten? Traurig, traurig. Man müsste irgendwie an dieses Geld rankommen, eine Stiftung gründen. Wir Deutschen müssten das machen. Wir müssten sagen, passt mal auf, liebe Israelis, liebe Palästinenser, es ist sowieso viel zu eng, viel zu heiß, viel zu staubig da unten. Wenn ihr keine Lust mehr habt, kommt einfach zu uns. Wir bieten euch Lebensraum im Osten. Wir haben ein ganzes Bundesland für euch reserviert. Mecklenburg-Vorpommern. Es ist nicht das Land, wo Milch und Honig sprießen. Nein, es ist das Land, wo Nazi-Klatzen sprießen. Aber wenn ihr kommen würdet, ihr würdet uns einen Gefallen tun. Wenn ihr die da abräumt, also die Glatzen. Nicht ohne Eigennutz, aber gut, die Israelis werden wahrscheinlich nicht kommen, aber wenn die Palästinenser kämen, das ist doch, es geht doch vor allen Dingen darum, dass den jungen Menschen im Gaza-Streifen, diesen jungen, radikalen, pubertierenden Männern, dass denen die Kalaschnikow aus der Hand genommen wird. Dann müsste man sagen, wir machen eine Stiftung, jeder Palästinenser, der die Kalaschnikow abgibt und eine Geige nimmt, kriegt von uns erstmal so eine Art Rente. Das hat Stipendium. Man könnte sagen, sobald ein Palästinenser eine C-Dur-Tonleiter auf der Geige sauber spielt, kriegt er eine Einreisegegnung nach Deutschland, Stipendium, sagen wir, in Heiligendamm. Die würden üben wie die Teufel, würde ich sagen. Könnt ihr euch vorstellen, wenn da die ersten Flugzeuge mit jungen palästinensischen Geigern kämen, alles gut aussehende junge Leute mit einer schwarzen Sonnenbrille und einem Geigenkasten unterm Arm, die sich zu Tausende durch den deutschen Zoll zwängen. Und dann möchte ich das Gesicht von Wolfgang Schäuble sehen. Applaus Vielen Dank, vielen Dank. Man hat mehr an der Wunsch nach einer Zug, aber lässt die Vermutung auftreten, ich hätte nicht alles gegeben. Sie drängen mich zum Äußersten. Ja, man merkt, wenn man älter wird, man muss sein Langzeitgedächtnis aktivieren. Und die Tagespolitik ist nicht mehr so wichtig, aber die Jubiläen, die Erinnerungen an andere Zeiten, wir leben ja am Ende einer Epoche. Schauen Sie mal, die alten Nazis verschwinden biologisch, die letzten sind fast schon weg. Gleichzeitig kommen die letzten Irreläufer von 68 aus dem Knast. Die Bild-Zeitung hält das nicht aus. Der Wagner, der schreibt an die Monhaupt, Frau Monhaupt, Sie kommen jetzt raus. Das heißt, Sie werden lernen, wie man mit einer Checkkarte das Geld von der Bank holt. Hat die RAF früher immer ohne Checkkarte geschafft. Und Sie werden lernen, wie man mit dem Handy telefoniert. All das ist nur möglich, weil wir in einem Land leben, wo Mörder frei herumlaufen dürfen. Ja, mein Gott, Herr Wagner, sind wir doch gewöhnt, seit 1945 liefen die Mörder bei uns frei rum. Gut, es gab eine Ausreisewelle nach Argentinien, aber... Die Älteren unterstützen mich mit Applaus. Der Rest fragt sich, was ist denn das jetzt? Nein, wir verlieren den biologischen Kontakt zum Dritten Reich, meine Damen und Herren. Sie müssen damit locker umgehen, meine Damen und Herren. Nicht so verkrampft, ganz locker. Schauen Sie mal, Hitler hat sich umgebracht, hat ihm nichts genützt, er ist im Kino. Sehen Sie, der Untergang. Genialer Film, toller Plot. Bruno Gans. Adolf Hitler als Bruno Gans, das ist nicht zu überbieten. Wird ich nie vergessen. Der Film, die Schlussszene da gegen Schluss, wo der Standesbeamte in den Bunker kommt. Weil der Führer möchte heiraten, niemand weiß warum. Man stellt auch Steuergründen. Ja. Muss aufpassen, wenn man den Hitler nachmacht. Da regt sich der Spiegel auf, weil der Führer gehört dem Spiegel. Jawohl. Nein, nein. Das ist toll. Also der Standesbeamte kommt in den Bunker und dann fragt der Standesbeamte, deutsch korrekt, den Führer. Mein Führer, ich muss euch das fragen, sind Sie eigentlich arisch? Da habe ich von hinten ins Kino reingerufen, natürlich nicht, das sieht man doch. Sofort eine miese Stimmung im Publikum. Die Deutschen mögen das nicht. Führerwitze, wenn der Führer im Raum ist. Unglaublich. Und, man ist jetzt nicht der einzige Führer, der Bruno Gans. Schauen Sie, Kommissar Rex, ja? Hat der auch so einen Führer gegeben? Und Helge Schneider, meine Damen und Herren. Die Komiker, der Führer. Also, und ich glaube, Helge Schneider wird nicht der letzte Hitler gewesen sein. Weitere werden folgen. Irgendwann sitzen bei Sandra Meisberger. Sechs Hitler aus fünf Ländern. Wie fängt sowas mit passieren? Ja, also ganz locker, meine Damen und Herren. Das geht eine Epoche zu Ende. Man muss das verabschieden. Nochmal darauf hinweisen. Mensch, haben die uns abgearbeitet an Strauß, an Filbinger. Gut, den kennen Sie gar nicht mehr, Filbinger. Der ist neulich im Volker Münster nochmal gefeiert worden. Und der Oettinger hat die Rede gehalten. Muss einen tollen Berater haben, der hat ne Rede gehalten. Und mein Herr hätte ihn der Filbinger mit in die Tiefe gezogen. Und damit dem Land einen letzten Dienst erwiesen. Ja, meine Damen und Herren. Ich merke das bei Ihnen. Klare Aussagen, klarer Applaus. That's our deal. Okay. Aber ich sehe jüngere Leute, die schauen mich mit großen Augen an. Hä? Filbinger, lauter Fremdwörter. Ich kann mir gar nichts merken. Also, ist eben eine andere Zeit. Sondern damals, 60er Jahre, da gab es noch Robert Lemke im Fernsehen. Kennen Sie Robert Lemke? Das war der Vorlaufer von Harald Schmidt. Ja, doch, doch. Wirklich. Sie glauben mir das nicht, aber doch. Das ist einfache Abendunterhaltung. Wirklich. Große Abendunterhaltung mit einfachen Mitteln, wollte ich sagen. Ja. Ein Hund, ein Kassengestell, vier Schweinchen und schon ging's los. Mit einem Top-Rate-Team. Nicht so wie heute. Nee, nee, nee. Ein Top-Rate-Team. Annette von Arethin steigt bis oben hin. Guido Baumann, der Fuchs aus der Schweiz. Dann der Staatsanwalt aus Nürnberg. Hans Sachs mit der lustigen Krawatte. Mit dem Propeller. Und natürlich Marianne Koch mit der Goldkante. Werde ich je vergessen. Marianne Koch mit der Goldkante. Und dann war immer die Frage, von Robert Lembke, welches Schweindoll darf's denn sein? Und einmal kam ja der Filbinger. Und wenn die Prominenten kamen, dann musste das Rate-Team sich immer die Augen verhüllen. Und da stand der Filbinger da, vor ihm vier Menschen mit verbundenen Augen, sagt der Filbinger, das kenn ich doch irgendwo her. Und dann fragt der Robert Lembke, welches Schweindoll darf's denn sein? Und da ist ohne Hakenkreuz und... Dann stellt der Guido Baumann die erste Frage. Haben Sie es bei Ihrem Beruf mit Menschen zu tun? Und Robert Lembke, sehr diplomatisch, legt das Fünf-Mark-Stück aufs Schweindoll drauf. Sagt, jein. Und dann fragt der Staatsanwalt Hans Sachs, helfen Sie diesen Menschen? Zack, war's drin. Unglaublich, der deutsche Fernsehunterhalt, meine Damen und Herren, sowas kommt nie wieder. Und ich finde es toll, dass Sie in Mainz auf dem Lärchenberg die volle Kraft der Erinnerung noch mal zugeschlagen hat. Tschüss. Applaus 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 Vielen Dank, meine Damen und Herren.